Was ist Lupus vulgaris? Lupus vulgaris ist eine schmerzhafte knotige Hauterkrankung, die am häufigsten durch den Mikroorganismus Mycobacterium tuberculosis verursacht wird. Normalerweise betrifft dies das Gesicht oder das Gesäß und den Rumpf. Der Begriff Lupus bezieht sich auf die Hautgeschwüre und Nekrosen, die auftreten, wenn sie unbehandelt bleiben. Lupus vulgaris ist wegen seines äthiologischen Mittels auch als Tuberkulose Lupusakutis oder Tuberkulose Kutis Lupusar bekannt. Wie jede andere Form der Tuberkulose ist es auch mit der Kombination von Isoniazid, Rifampicin, Etambutol und Pyrazinamid behandelbar. Mycobacterium tuberculosis verbleibt und gedeiht vorzugsweise im Lungengewebe und verursacht Lungentuberkulose. Wenn TB in anderen Organen und Gewegen auftritt, wird es als extrapulmonaler TB bezeichnet. Es gibt verschiedene Formen der extrapulmonalen Tuberkulose, darunter Myliartuberkulose, Skrofula, Tuberkulose, Tuberkulose, Metastatische Tuberkulöse Abszesse und Metastatische Tuberkulöse Ulzerationen oder Tuberkulöse Geschwulst. Diese können zusammen mit Lupus vulgaris als Kutane-Zustände auftreten, die durch eine TB-Infektion verursacht werden. Der Lupus vulgaris ist eine relativ seltene Variante der Kutanen-TB, die hartnäckig und progressiv ist. Die anfänglichen Lesionen sind kleine und scharf begrenzte Knötchen mit einem rötlich-braunen Farbton und einer galatatigen Konsistenz. Diese Lesionen werden auch als Apfel-Gelik-Knötchen bezeichnet. Die Persistenz dieser Lesionen führt zu Koalyszenz und Gewebezerstörung. Es gibt keine Altersgruppe, die von Lupus vulgaris ausgenommen ist, aber die meisten Patienten gehen mit diesen Symptomen vor dem 30. Lebensjahr zum Arzt. Bei Kaukasien ist die Kopf-Hals-Region typischerweise betroffen. Bei Asiaten tritt Lupus vulgaris häufiger am Gesäß und an den Extremitäten auf. Einige Fälle von Penis-Beteiligung wurden ebenfalls berichtet. Der Erreger erreicht die Haut auf verschiedenen Wegen. Ein Weg ist die Direktimpfung, bei der sich der Organismus nach Eintritt in eine offene Hautwunde auf die Dermis ausbreitet. Der hämatogene oder Blutweg und der lymphatische Weg können verwendet werden, wenn der Organismus von einem betroffenen inneren Organ auf die Haut übertragen wird. Ein anderer Weg ist die direkte Ausdehnung, entweder von infizierten Gelenken oder Drüsen unter der Haut. Die Diagnose von Lupus vulgaris wird durch eine Hautbiopsie des betroffenen Bereichs bestätigt. Histopathologische Ergebnisse würden auf das Vorhandensein von Epithelioidgranulungen hinweisen, die säurefeste Barzellen enthalten. Um eine gleichzeitig bestehende pulmonale TB-Infektion auszuschließen, kann eine Sputumkultur oder eine Thorax-Röntgenaufnahme angefordert werden. Ein Mantux-Tuberkulin-Hauttest und andere radiologische Untersuchungen können ebenfalls durchgeführt werden. Die wirksamste Behandlung von Lupus vulgaris ist die orale Einnahme von Antituberkulika. Andere Antibiotika können ebenfalls zur Behandlung von sekundären bakteriellen Infektionen verabreicht werden. Die Behandlung mit diesen Medikamenten dauert je nach Schweregrad der Erkrankung Monate oder Jahre. Wenn das Gesicht stark entstellt ist oder große Bereiche der Haut nekrotisch sind, kann eine chirurgische Entfernung der betroffenen Bereiche empfohlen werden.